Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter mit den neuen Apple iPhones. Wir haben hier das normale iPhone 12 in grün und hier das iPhone 12 Pro in blau. Und beide Geräte richten wir jetzt einmal parallel zusammen ein. Jedoch richten wir sie unterschiedlich ein. Das normale iPhone 12 wird komplett neu eingerichtet, denn das ist hier die Basisversion mit nur 64 GB Speicherplatz. Und da wollen wir doch mal sehen, wie viel im extremsten Fall, wenn da keine eurer Daten von irgendwoher drauf kommen, was ist da so als bestmöglicher Fall an freiem verfügbaren Speicherplatz. Und beim Pro gehen wir hin und stellen einfach ein Backup eines älteren, naja älteren iPhone 12 Pro Max hier in meinem Fall wieder her. Und damit wir auch dieses Szenario einmal durchlaufen. Wir haben zwei Nano-SIM-Karten und wir fangen legen einfach mal los. Beide sind O2-SIM-Karten und inzwischen auch 5G fähig, aber ich glaube nicht, dass wir hier jetzt was von 5G sehen werden. Beim normalen ist der SIM-Karten-Schacht auf der linken Seite und welche Überraschung beim Pro genauso. Die tun sich nicht viel. Inzwischen hat man ja auch schon die ersten Röntgenbilder von den Geräten sehen und vor allem komplett aufgeschraubt und, 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 und. Und der Hauptunterschied, es bleibt einfach bei den Kameras. So, SIM-Karten-Schacht, da passt nur eine physische Nano-SIM-Karte rein und die muss so rein. Ecke ist links oben und chipt dann auch nach oben. So, einmal rein und beim anderen auch. Und wer jetzt ruft, eSIM und Dual-SIM. Ja, das geht. Jedoch möchte ich noch mal darauf hinweisen, auch hier Karte, Kante links oben, chipt nach oben und wieder rein. Wenn man Dual-SIM bei den neuen iPhone 12ern benutzt und die ganze Reihe ist ja 5G fähig, nicht, wenn ihr Dual-SIM aktiviert habt. Dafür müsst ihr dann wieder eine SIM-Karte deaktivieren, dann funktioniert wieder 5G. Beide Karten aktiviert und 5G geht nicht. Apple. So, nach langer Zeit mal wieder ein iPhone-Boot rennen. Android-Austasten bei beiden an der gleichen Seite und wir drücken sie jetzt mal parallel. 1, 2, 3 und drücken, 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 drücken. Ah, jetzt bin ich beim Normalen an eine Taste gekommen. Lasst mal gucken. Oh, aber es hat nichts dran geändert. Das Normale geht ganz kurz in Führung. Ich bin nämlich irgendwie an eine ganz kurz, an eine lauter oder leiser Taste gekommen. Und jetzt bin ich doch mal gespannt. So, SIM-Karten-Pixer. Uh, das war jetzt ziemlich parallel. Wobei, warum bist du denn jetzt hier schon bei der Sprache und dich müssen wir noch einmal hochwischen? Hm, aber sehr schön. Beide sind im LTE-Netz eingebucht. Beide haben 3 von 4 Balken. Okay, das funktioniert. Dann die Sprachauswahl. Bei beiden jetzt einmal Deutsch. Land auch einmal Deutsch. Uh, und jetzt fällt mir noch... Uh, jetzt können wir mal noch eine andere Sache machen. Schön, dass mal 2 Geräte... Genau, diese Schnellstartnummer. Links mache ich jetzt manuelles Konfigurieren. Und beim anderen Gerät, wenn ihr nämlich, steht ja da, wenn ihr ein anderes, ähm, naja, ein früheres IOS-Gerät habt oder sowas, dann poppt das nämlich auf dem älteren Gerät auf. Ich sage hier einmal weiter. Okay. Okay, dann aktiviert sich die Kamera. Äh, ich halte das einmal auf den Kringel da zum Scannen. So, und jetzt den alten Code, also den Code vom alten Gerät einmal eingeben. Jetzt wirst du schon mal konfiguriert. Okay, und beim anderen Gerät gebe ich jetzt von Hand, verbinde ich mich von Hand mit dem WLAN. Ne, da seht ihr nämlich den Unterschied. Der ist jetzt hier automatisch im WLAN schon eingeloggt, hat dann vom alten oder von einem anderen IOS-Gerät schon mal die ganzen Informationen. Und hier muss ich WLAN auswählen und mich mit meinem WLAN jetzt Passwort noch eingeben. Hier kriege ich dann nochmal den Hinweis mit Daten und Datenschutz. Und bei beiden muss ich jetzt Face-ID nochmal einrichten. Denn auch beim Übertragenen, der braucht jetzt nochmal selbst gescannte biometriche Daten. Ne, ist ja dann immer, okay, fortfahren. Ich halte meinen Kopf in den Kringel hier, ne, und drehe dann einmal. Ihr seht hier die kleine Animation, die macht das dann einmal vor. So, ich sitze jetzt hinter der Kamera, könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Dreh einmal meinen Kopf, bis die ganze Umrandung dann grün ist. Ne, dann erst das Scannen fertig, dann nochmal weiter. Und ihr könnt es euch denken, man scannt das Ganze nochmal. Zweiter Scan auch abgeschlossen. So, auf dem Gerät mache ich das Ganze jetzt aber auch nochmal. Und damit ist Face-ID auf beiden eingerichtet. So, ich brauche aber noch eine andere Entsperrmöglichkeit. Aha, den Code zum Entsperren, den hat er sich aber gemerkt vom anderen Gerät. Sehr schön. Hier muss ich jetzt einen neuen vergeben. Kann ja sein, dass ein anderer, jemand anders das Gerät entsperren soll. Oder, naja, euer Gesicht, ihr tragt gerade. Ja, ja, klar, hier auf Maske, bestes Beispiel aktuell. Ne, das funktioniert nicht, da ist zu viel vom Gesicht verdeckt, also muss man das dann von Hand entsperren. Und nein, die iPhone 12 haben nicht, wie die neuen iPad Airs, noch einen Fingerabdruckscanner im An- und Aus-Taste. Bedeutet, hier möchte Apple jetzt am liebsten, dass ich einen sechsstelligen PIN-Code eingebe. Ich kann aber auch auf Code-Optionen drücken und dann kann ich das ändern in Alpha-Numerisch, eigenen numerischer Code oder vierstelliger numerischer Code. So, den gibt man einmal ein, dann kriegt man eine Warnung oder nochmal die Bitte. Okay, gib den bitte nochmal ein zur Bestätigung, damit auch alles richtig ist. Damit ist das hier eingegeben. Jetzt kann ich beim anderen Gerät die Frage gestellt bekommen. Du kannst deine Daten direkt während der Konfiguration übertragen oder den Ladevorgang später beenden. Denn jetzt ist ja die Frage, wie möchte ich hier meine Daten, mein Backup wiederherstellen? Da das Gerät ja weiß, hey, der hat gerade ein anderes Apple-Gerät in der Nähe gehabt. Vielleicht möchte er davon direkt die Daten rüberziehen, dann direkt vom iPhone rüberziehen. Das wäre beim nackigen Gerät, habe ich nämlich hier die Möglichkeit, das auch noch zu machen. Daten vom iPhone übertragen. Oder Alternative, man hat hier schon Daten gemacht, also ein Backup hinterlegt. Hinterlegt, entweder in der iCloud, also online drahtlos, oder aber per Kabel offline auf einem Mac oder auf einem Windows-PC. Dann gibt es noch die vierte Möglichkeit, Daten von einem Android-Gerät übertragen. Oder, was ich jetzt hier auf diesem kleinen, auf der Basis-Version mache, keine Daten übertragen. Ich will ja sehen, was habe ich da im besten Fall für Möglichkeiten. So, hier sage ich jetzt aber, aus iCloud laden, du kannst dein iPhone in etwa 15 Minuten nutzen, deine Daten werden dann später runtergeschoben. So, das mache ich jetzt auch. Hätte ich eben die Schnelle, die Express-Einrichtung mit dem anderen Gerät nicht gemacht, dann hätte ich da das gleiche Menü gehabt, wie jetzt gerade auf dem Gerät. Und hätte da dann mein Backup ausgewählt, entweder, klar, iCloud oder halt iTunes. So, ich sage jetzt, ach ja, guck mal, wir können auch einfach auf weitere Optionen gehen. Dann müsste der das die gleichen Optionen jetzt auch nochmal anzeigen. Genau, das, was ich ja eben gesagt habe, genau die gleiche Übersicht. Und dann würde ich jetzt hier in dem Fall sagen, ich habe eben noch ein großes Backup in der Cloud hinterlegt oder am Rechner, wähle ich dann aus. Und jetzt muss ich hier das gleich, ah ne, ich muss mich hier gar nicht einloggen, denn der hat hier direkt die Übersicht. Da ist ja schon die Identifizierung passiert. Ich wähle jetzt einfach mein letztes iPhone-Backup aus, dann fängt der noch ein bisschen an zu rödeln. So, doch noch nicht, ich habe hier doch noch ein paar Sachen, die ich einstellen muss. Und auf dem nackigen Gerät muss ich mich jetzt ja erstmal bei Apple einloggen. Bedeutet Apple-ID, also die E-Mail-Adresse, die ich für die Einrichtung meiner Apple-ID benutzt habe, plus Passwort dann eingeben oder halt jetzt eine neue erstellen. Und jetzt auch sehr schön, wenn ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet habe für die Apple-ID, dann kriege ich auf einem anderen Gerät jetzt noch eine Push-Benachrichtigung und die Frage nach Erlaubnis sowie einen Pin, den ich auf dem neuen Gerät eingeben muss, zur Bestätigung, dass ich das auch wirklich bin. Und die Frage, ob ich mein iPhone auf dem neuesten, wobei es ist keine Frage, ich kriege hier nur den Hinweis, ne, Updates werden automatisch installiert. So, jetzt kriege ich hier noch einen Unterschied, während beim neuen ich mich jetzt durch die einzelnen Sachen direkt durchklicken kann, kriege ich hier die Frage, ne, gleiche Einstellung wie im Backup. Oder ansonsten, manchmal kommt auch Apple und sagt, hier empfohlene Einstellung, das sagt dann halt, ne, Standortdienst, du willst ja nutzen mit deinem Smartphone, du willst ja navigieren, du willst ja wissen, wo du bist, du willst wissen, wo du deine Fotos gemacht hast. Und natürlich willst du Siri benutzen. Ne, wenn man dann sagt, fortfahren, dann ist das alles schon aktiviert. Ansonsten einmal unten persönlich Einstellungen vornehmen und dann wird man hier einzeln nochmal gefragt, möchte ich zum Beispiel Ortungsdienste benutzen? Ja, oder halt Ortungsdienste deaktivieren. Uh, wieder, das Normale ist ein Ticken schneller. Jetzt die Frage nach Apple Pay, möchte ich Apple Pay benutzen? Hier sage ich jetzt einfach später in Wallet konfigurieren, ansonsten könnte ich jetzt beim neuen Gerät meine Kreditkarten dann hinterlegen und beim Pro sage ich jetzt, ja bitte, also ich möchte fortfahren. Das zeige ich euch jetzt aber nicht, denn dann werden direkt meine Kreditkarten angezeigt und je nach Bank, je nach Sache kann es sein, dass ihr nochmal eine Push-Nit-Notification bekommt oder ihr müsst zum Beispiel diesen CCV-Code auf der Rückseite von eurer Kreditkarte eingeben, diesen dreistelligen PIN, ne, damit das nochmal hinterlegt wird. So, und dann war es gerade zum Beispiel so, ähm, eine Bank, also beide wollten nicht CCV, sondern CVV-Code, diesen dreistelligen Code und bei der anderen kam sogar nochmal eine Push-Benachrichtigung. Im nächsten Schritt jetzt die Frage, äh, beim neuen möchte ich Siri nutzen, ne, dann kann es auch sein, dass ich erstmal durch die Sprachsteuerung geführt werde, mit dem Zuruf, ne, dann einfach mal ein paar Mal hähähähäh sagen, damit das Gerät eure Stimme lernt. Ich sage jetzt aber später konfigurieren. Und auf dem neuen, äh, was heißt auf dem neuen, auf dem Pro werde ich nach Apple Watches gefragt, weil die sind im anderen hinterlegt. Da sage ich jetzt aber, normalerweise, wenn ich direkt die Apple Watches koppeln will, dann einfach sagen weiter, dann da die Kopplungsprozesse durchführen. Ich sage jetzt aber einmal später konfigurieren. Ah, genau, ich wusste es. Dann kommt nämlich auch hier die Frage mit, hm, nutzen oder nicht. So, äh, Bildschirmzeit kriege ich einfach nur als Info, da gibt es gar nichts. Und dann bei beiden die Frage, möchte ich anonymisierte Nutzer, Nutzungsdaten an Apple senden. Kann man selber entscheiden, ob man das mit Apple teilen möchte oder nicht. Aha, die True Tone Frage kommt nur auf dem neuen Gerät, weil das hier übernimmt einfach die Einstellung vom alten Gerät. Und bei True Tone kriege ich halt nur demonstriert, was es kann. Das kann ich hier nicht einstellen und oder deaktivieren. True Tone ist ja das iPhone, passt sich automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an, so dass Farben und verschiedene Umgebungen einheitlich erscheinen. So, fortfahren, schade, jetzt kann ich das hier nicht parallel mal zeigen. Jetzt müssen wir wechseln zwischen hell und dunkel. Und hier ist es jetzt mal so, natürlich ist es eine optische Sache, was einem besser gefällt, aber bei der kompletten iPhone 12er Reihe, alle haben OLED-Displays. Und die Displays sind nach wie vor der Hauptstromfresser an den ganzen Geräten. Und je dunkler der Inhalt ist und je mehr schwarz ihr habt, desto stromsparender ist das Ganze. Das heißt, da sollte man nochmal einen schönen Unterschied sehen. Im Akkuverbrauch. Kann man aber einstellen, wie man will. Kann man auch gleich noch in den Display-Einstellungen auch noch machen, dass sich das automatisch ändert. Was ein bisschen schade ist, vergrößert, verkleinert oder Standardanzeige. Apple fragt jetzt, früher sah man ein schönes Beispiel. Dann konnten Leute gucken, die vielleicht weitsichtig sind. Brauche ich dann gar keine Brille mehr, um hier vernünftig drauf zu gucken oder sowas. Oder die halt einfach schlechter sehen und das einfach größer angezeigt bekommen. Direkten Unterschied zeigt Apple jetzt hier nicht. Die machen jetzt zwar hier dieses kleine Vorschaufilmchen, aber es ist nicht wirklich hilfreich. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel, die Uhr wird größer angezeigt und die Benachrichtigung. Ja, ja, und es ist im Endeffekt das, was es ist. Ich motze jetzt hier gerade nur rum, dass Apple das rausgenommen hat. Früher konnte man dann wirklich schon mal was sehen. So, und das nackige iPhone ist jetzt natürlich direkt fertig. Wobei jetzt nochmal, und ihr habt es schon direkt gesehen, Face ID funktionierte, ist direkt hier im Homescreen fertig. Und das Backup-Gerät, naja, das zieht sich jetzt gerade sein Backup aus der Cloud. So, knappe 20 Minuten hat das Gerät gebraucht. Dann war es wieder in dieser Position. Ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen und jetzt steht hier Wiederherstellung beendet. Und fortfahren, ich darf nochmal AGB akzeptieren, nochmal akzeptieren. Und jetzt kommt nochmal die Frage mit der Verbindung zur Apple Watch. Lässt nicht locker, möchte ich es wiederherstellen, möchte ich es konfigurieren, sage ich einfach weiter. So, dann nochmal die Sache mit Audioaufnahmen teilen. Das ist dann hier die Sache, die an Apple geht. Für die Verbesserung steht dann da, aber anonymisiert Sprachnachrichten mit Apple teilen, ja oder nein. Kann man aber auch nicht nein, aber später sagen. Und dann sind wir auch hier willkommen beim iPhone. So, und da seht ihr jetzt den Hauptunterschied natürlich. Hier komplett nackt, nur mit den wenigen Apps, die Apple da standardmäßig drauf packt. Und hier komplett meine Apps, die ich drauf habe. Vieles noch ausgegraut. Da beginnt jetzt das iPhone im Hintergrund, die Apps runterzuladen und zu installieren. Alles, was ich aber vorher schon drauf hatte, Bilder, Nachrichten, sollte schon wieder da sein. Aber da nicht wundern lassen, das Ding einfach rödeln lassen. Das braucht nochmal, je nachdem so, ach bestimmt, je nach Menge der Apps, halbe Stunde, Stunde, können das Ding da einfach rödeln lassen. Nochmal ins Strom hängen vielleicht. Die Apple Watch hat sich parallel gemeldet. Gib nochmal deinen Code hier ein, um sich mit dem neuen Gerät zu verbinden. Dann geht das auch direkt los. Und wir gucken uns jetzt so mal ein bisschen rum. Erste Frage war natürlich, wie viel freien Speicherplatz habe ich jetzt auf der 64 GB Basisversion ohne alles? Gucken wir Einstellungen, Allgemein und iPhone Speicher. Und da sehen wir dann, 11,6 GB werden benutzt von 64 GB. Das Schöne hier dran ist aber, das ist dieser komplette Wert mit den, ach no, sind gar nicht installiert. Ach schade, ich wollte nämlich gerade noch sagen, da sind doch jetzt wieder 4 GB, ja okay, so und so. Ich wollte gerade nämlich sagen, da sind doch jetzt 4 GB von den iMovie Apps und iLive Apps oder sowas drauf installiert. Nein, sind jetzt hier in dem Fall nicht. Also 11,6 GB sind voll, macht unterm Strich immer noch so 52,5, über 50 GB, die ich hier in der 64 GB Version zur freien Verfügung habe. Auf der einen Seite sage ich immer, das reicht für viele Dicke aus. Natürlich, wenn ich viel damit filme, wenn ich viele große Apps runterlade, dann wird es auch schnell knapp. Jedoch, naja, wenn ich dann selber meine Filme oft exportiere, vieles in die Cloud oder auf heimische Rechner auslagere, dann kommt man auch mit 50 GB sehr weit. Aber da man ja nicht upgraden kann, vorher überlegen. So, wir gehen trotzdem noch ein paar Sachen durch. Und zwar, genau, eine schöne Nummer, die ich auch immer wieder habe, ist, na, also das jetzt bei beiden, genau, einmal runterwischen, hier unten noch die Tastatur. Also, genau, diesen schönen Unterschied hier, das hier ist ja so eingerichtet, wie ich es immer habe. Da seht ihr jetzt folgendes bei der Tastatur, hier sind keine Umlaute drauf. Auch wenn die jetzt natürlich mit 6,1 Zoll Bildschirmdiagonale schön groß sind, ihr seht einfach, naja, wie viel mehr Platz das hat, wenn man die Tastatur-Umlaute ausblendet. Und wenn dann einer fragt, naja, wie mache ich dann ÖI zum Beispiel hin, ne, ich drücke dann einfach lange drauf und gehe einmal rüber, ne, mache es so von Hand. Oder ich vertraue halt, wie so oft, auf die automatische Rechtschreibkorrektur. Ja, wenn das denn dann einer aber ändern möchte, weil, ne, so ist die Standardeinstellung. Dann einmal in die Einstellung rein. Und dann allgemein, äh, Tastatur, Tastaturen. Und dann habe ich hier Deutsch, Deutschland ausgewählt. Das ist dann auf Deutsch gestellt. Wenn ich das dann auf Quirz umstelle, dann, ne, kommen, sind die Umlaute raus. Ich habe ein bisschen mehr Platz. Das so als Nummer 1, die ich immer gerne anbringe. Nummer, kommen wir zu Nummer 2. Und zwar, ihr seht das hier, ich habe diese lustigen Animationen, ne. Wenn ich da in die Einstellung gehe, hier ist es nicht. Hier blendet es einmal direkt über. Je nachdem wirkt es auch ein bisschen schneller. Aber es geht mir um die Animation, ne, damit ihr den Übergang seht. Und wusch. So, tut sich von der Geschwindigkeit nicht viel. Wenn ich das deaktivieren möchte, weil auch das standardmäßig aktiviert ist. Dann Einstellung, ne, und jetzt, äh, Bedienungshilfen war es. Dann Bewegung, genau, Bewegung reduzieren. Dann habe ich diese Wusch-Wusch-Gesten halt nicht mehr. Das dazu. Der nächste Unterschied, hier gerade ganz schön zu sehen, ist gerade bei dem weißen Hintergrund, das True-Tone-Display. True-Tone wirkt in meinen Augen immer so ein bisschen wie Nightshift. Macht das Ganze ein bisschen wärmer. Dagegen, wenn man das deaktiviert, im Vergleich weißer, kälter vom Licht. Ich bin nicht so ein True-Tone-Fan. Bild mir teilweise auch immer ein, True-Tone muss ja auch irgendwie Strom kosten zusätzlich, wenn permanent die Umgebung abgibt, also die Beleuchtung gemessen wird. Tut es natürlich auch so, ne, um das Display bei der automatischen Helligkeit anzupassen. Wenn man das mal ausprobieren möchte, weil in der Einrichtung kann man es halt nur den Unterschied sehen, aber man kann es bei der Einrichtung nicht deaktivieren. Dann auch hier in die Einstellung, Anzeige-Helligkeit und da kann man True-Tone aktivieren und, beziehungsweise deaktivieren. Und der andere Unterschied, den wir eben bei der Einrichtung hatten, ne, die Frage nach hell und dunkel. Weil, ne, so sieht's, stromsparend, nicht stromsparend, stromsparend, nicht stromsparend, kann ja jeder mal gucken. Damit kann man auch tagsüber nochmal was reißen. Was ich gerne immer hab, ist halt die automatische Umstellung, je nach, ne, hell- bis Sonnenuntergang, dass sich das da so ein bisschen anpasst. Oder man kann es auch genau anpassen, eigener Zeitplan und, 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 und. Das ist auch noch so ein Punkt. Und, was ich auch immer wieder erwähne, immer, nicht immer wieder, mal hängt es sich auf, mal nicht. Ich deaktiviere erstmal die, oder schraube mal die automatische Stand-by-Zeit ein bisschen hoch. Früher war die automatische Helligkeitssteuerung unter, naja, unter Anzeige und Helligkeit eingestellt. Grrrr, das hat Apple vor ewigen Updates verschoben. Das ist jetzt, und auch unter Bedienungshilfen. Und da, Anzeige, Textgröße. Und dann, runter, runter. Da unten ist die Autohelligkeit. Wieso erwähne ich das? Weil immer mal wieder, wenn man dann selber das justiert und anpasst, manchmal hängt es sich auf. Also nicht oft oder sowas. Aber wenn das mal passiert, ne, dann hilft es sehr oft, dann in diese automatische Helligkeitssteuerung reinzugehen. Einmal aus, einmal an. Und dann funktioniert es in der Regel wieder so wie früher. So, das vielleicht dazu noch. So, du installierst hier weiter die Sachen. Wir werfen einen ersten Blick auf die Kamera. Wer sich wundert, wo habe ich denn beim Verwenden der App erlauben? Die Frage nach möchte, darf die Kamera darauf zugreifen für die GPS-Informationen? Sag ich jetzt ja. Quick-Take-Video wird mir nur gerade erklärt. Ich habe hier die Fotos, ich habe Porträtmöglichkeiten und natürlich hier als direkten Vergleich. Ihr seht es bereits. Ich habe beim Pro den Hinweis normal und ich habe zweifach Zoom. während beim Normalen, das ist irre, Apple zeigt noch nicht mal die 0,5 an, um an dem Weitwinkel, um halt raus zu zoomen. Auf die Idee muss man ja erst mal kommen. Dann könnten sie es auch hier sich sparen und dann auch einfach nur mal drauf drücken. Dann wechselt man immer zwischen Zoom und nicht Zoom. Also das ist halt der Hauptunterschied. Nummer eins, ich habe die zweite Kamera, die dritte Kamera für den zweifach optischen Zoom. Kriege da vielleicht ein bisschen bessere Porträts hin. Zusätzlich habe ich diesen LIDAR, den Laserradar, der fehlt beim Normalen auch. Damit, sagt Apple, kann ich, sie nutzen es für, naja, Aufnahmen bei schlechten Lichtbedingungen, weil der LIDAR halt kein Licht braucht, um vernünftig zu messen. So, ob das Ganze was taugt und ich meine, darauf wird es hinauskommen. Das ist der Hauptunterschied zwischen dem normalen iPhone und dem Pro. Vergesst, dass das hier, glaube ich, 15 Gramm schwerer ist oder sowas. Oder dass das hier zwei Gigabyte RAM hat. Ich glaube auch nicht, dass es dadurch dann ein Jahr längere iOS-Updates gibt. Beide haben den gleichen Prozessor drin, beide das gleiche Display, die man sogar tauschen kann, sogar den gleichen Akku. Wenn man sich diese ganzen Videos schon mal anguckt oder die Fotos anguckt, wie die Geräte aufgebaut sind, ja, dann ist das bis auf die Kaffee, ja. Oh ja, Face-ID könnten wir jetzt noch mal ganz kurz testen. Ich habe ja beide Geräte parallel. Und was ich immer noch machen muss beim Entsperren, hochwischen. Leider gibt es nicht, wer jetzt zum Beispiel gerade von Android wechselt, nicht die Möglichkeit, dass automatisch dann bei Gesichtsentsperrung auch hochgewischt wird. Nein, ich muss immer diese Geste zusätzlich machen. So, bei den Kameras wollte ich doch jetzt ganz kurz noch eine Sache machen. Genau, nämlich was auch ein bisschen immer teilweise versteckt ist. Videoaufnahmen. Ich habe zwar inzwischen auch die Möglichkeit, ihr seht das da oben, HD, also Full HD meint Apple damit und 4K hin und her zu wechseln. Das kann ich inzwischen hier, muss nicht mehr mühsam in die Einstellung gehen. Und ich kann auch die Framezahl zwischen 60, 24 und 30 hier gemütlich durchwechseln. Jedoch, ich muss nach wie vor in die Einstellung und dann runter, 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 runter in die Kamera-App, um zum Beispiel das Format zu ändern zwischen H.265 oder H.264. Das ist das eine. Und auch, was ich sehr oft habe, so ein Kameraraster reinpacken, zum Beispiel. Was passiert, wenn ich die Tasten machen möchte? Und dieses intelligente HDR zum Beispiel, beziehungsweise das habe ich auch bei der Videoaufnahme. Das ist nämlich jetzt gerade tricky. Wer da HDR-Video auswählt, das ist im Moment noch ein Problem. Damit können die iOS- und Final Cut-Dinger, zumindest iMovie, ach iOS, iMovie zum Beispiel auf dem Mac, hat noch kein Update bekommen. Da schneidet man jetzt gerade mit auf den iOS-Dingern. Aber egal, eine Woche, dann sollten auch da die Updates dann immer kommen. Nur mal da so als Hinweis, weil hier HD-Dolby Vision, das klappt auch mit dem normalen. Das Pro soll natürlich nochmal schöner doller sonst wie aussehen, aber auch das gilt es in den nächsten Wochen rauszufinden. Wer aber mehr Kameraeinstellungen sucht, Einstellungen, Kamera-App, warum auch immer Apple das nach wie vor so macht, ja, ist halt so. So, was ich hier jetzt aber eigentlich machen wollte, war, dass ich einmal ganz kurz hingehe und einmal ein bisschen lauter spreche und einmal ganz kurz filme. So, und dann rausfinde beim Filmen, ja, kann ich auch zwischen normal und weitwinkel wechseln. Was ich aber machen wollte, war, einmal kurz filmen, um die Audioaufnahme da reinzuhören. Na, ach, jetzt hat er sich nicht gedreht. Na, toll. Nochmal und weitwinkel wechseln. Aha. Machen wir das Ganze nochmal. Und einmal ganz kurz filmen. So, und dann rausfinde beim Filmen. So, und dann rausfinde beim Filmen. Schön aus. Also, nochmal zurück. So, drehen wir es richtig und machen wir das Ganze nochmal. Also, film, 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 film. So, du einmal rüber und wieder zurück. Eigentlich wollte ich ja nur auf die Lautsprecher achten. Zweiter Versuch. Also, film, 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 so, tu einmal rüber und wieder zurück. Eigentlich wollte ich ja nur auf die Lautsprecher. Das ist eine schöne, sagen wir 60, 40, 45, 55 Verteilung hier mit den Lautsprechern. Gefällt mir schön. Von der Aufnahme, äh, ich meine, ich habe ja schon ein Video mit dem Pro gefilmt. Und das war das Unboxing vom normalen iPhone 12er. Das habe ich mit dem iPhone 12 Pro gefilmt. Da ist vieles möglich, sage ich jetzt mal. Und ich bleibe ja dabei. Mit den iPhone-Filmen, das ist mit, das ist die beste Smartphone-Videokamera. Und ich glaube auch schon, sobald es dunkel wird, aber es kommt auf die Liste. Aber der erste Eindruck von den Lautsprechern, das war das, was ich hier noch machen wollte, auch positiv. Auch hier, ne, da wird kein Unterschied zwischen normal und Pro sein. Und auch, wenn man so bei Apple mal auf die Seite guckt. Die Displays sind identisch. Ich habe keine Ahnung, warum Apple beim normalen 12er da nur was von 625 Nits Helligkeit spricht. Und bei den anderen, bei den Pros dann von 800. Ich meine, gleiches Display, gleicher Akku. Sie geben die gleiche Akkulaufzeiten an. Irgendwas davon kann ja nicht stimmen. Weil, ich meine, wenn die beiden Sachen gleich sind und die Helligkeit, dann kann die Akkulaufzeit unterschiedlich sein. Es kann die Akkulaufzeit nicht gleich sein. Oder die Helligkeit ist nicht gleich, aber die Akkulaufzeit, naja, ihr wisst hoffentlich was ich meine. Die Displays hier drin, 1A Displays. Das auf jeden Fall. Also das ist super. Und ich weiß, ne, wir schlagen ja gerade alle drauf, weil Apple hier nur 60 Hertz einbaut. Keine 90 oder gar 120 Hertz. Was echt schön ist und was ich auch gerade beim iPad Air sehr vermisse beim Wechsel vom Pro. Wenn man sich einmal diese schnellen Displays gewöhnt hat, 120 Hertz zum Beispiel beim Pro, dann fällt es einem auf, bis man sich wieder an das nicht flüssige Vorhandensein gewöhnt hat. Trotzdem, so der erste Eindruck, und ich spiele ja immer die ganze Zeit auch schon mit rum, echt, 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 echt gute Displays. Also ja, ne, das super duper flüssige fehlt halt und man sieht den Unterschied, aber die Displayqualität so wie sie sind. Es sind wirklich 1A Displays hier verbaut. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das war das Einrichtungsvideo, erste Eindruckvideo. Bisher sind halt iPhones, fühlen sich jetzt deutlich eckiger wieder an. Der ein oder andere würde retro sagen. Und was die Dinger können und wo sie sich unterscheiden, gibt mir ein bisschen Zeit. Das soll es gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.